Er vernichtet Kriegers Denkmal! Halt still! geht man vom schlag aus ja komm ich sag dir die wahrheit ich hätte nicht was Boah, was? Das Schwert ist mies. Ja, das ist Spider-Man, ne? What? Boah, trifft die auch noch. Ja, komm. Wie fies ist denn der Kampf, ey? Ich habe noch keine Ahnung. Die normalen Schläge, die hauen rein. Die hatten nicht. Ey, sag mal. Wenn die Prater untergeht, drückt die Halle mit. Wer hat das gesagt? Frieger? Ich habe alles berechnet. Warum hörst du mir nicht zu? Frieger hat nicht das Reaktor gemacht. Ihm fehlt ein Grips dafür. Er ist klug genug. Lass mich das beenden, los. Die Finn, die ich kannte, wollte Leute beschützen und nicht bestrafen. Es kommt los, rein. Die weint mal in harten Schlägen aus. Bitte, Finn. Ich lage dir die Wahrheit. Lär mal was Neues. Ich hätte nicht lügen sollen, wenn ein Undergorn zukommt. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht! Halt still! Ach komm! Hast du wieder tot? Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Alter! Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Shit! Wenn dir Plaza untergeht, nimmt die Halle mit! Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet! Komm runter! Warum hörst du mir nicht zu? Krieger hat nichts am Reaktor gemacht. Ihm fehlt ein Grips dafür. Er ist klug genug. Lass mich das beenden. Mann, ey! Meine Schwung angekommen zu spät. Ich hab die Leute beschutzt und nicht bestrafft. Es kommt aufs Gleiche raus! Bitte, Finn! Ich sag dir die Wahrheit! Sag mal was Neues! Ich hätte nicht lügen sollen, wenn ich mit einem Undergorn zukommt. Könnte ich das ändern? Das war nicht dein Kampf! Danke, Claudia. Ja, das ist eine harte Nuss jetzt gerade hier. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Wow! Bleibt stehen! Wenn ihr Plaza untergeht, nimmt die Horde Mist! Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet! Oh, da kommt er nicht mehr weg! Beenden wir es! Warum hörst du dir nicht zu? Krieger hat nichts am Reaktor gemacht! Ihnen fehlt ein Griff dafür! Er ist genug genug! Lass mich das beenden! Ich hab dich schon besiegt! Ich hab das nochmal! Ich hab das nochmal! Diesmal nicht! Bist du noch nicht müde? Die Fenn, die ich kannte, wollte die Leute beschutzen und sich bestrafen! Jetzt kommt aufs Gleiche raus! Oh, Mann! Ich sag dir die Wahrheit! Wir haben mal was Neues! Ich hätte nicht lügen sollen, um in den anderen Formen zu kommen! Könnte ich das ändern! Kannst du nicht! Ich will nicht kämpfen! Wir reden! Nachdem ich den Reaktor au... Oh! Oh! Finn! Da! Der Reaktor geht gleich hoch! Bald können wir das nicht mehr stoppen! Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Ach, ich hab immer schwirren! Los, nee! Natürlich muss ich wieder loslegen! Oh, Mann! Das Spiel stresse ich gerade! Aber ganz ehrlich, ich hab mit mehr Bossen gerechnet, ne? die man so von den... Comics erkennt! Oder den Verfilmungen! Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Wortschritte! Ja, ey, komm! Mach doch nicht so einen Scheiß! Geht Licht! Geht Licht! Interessiert keinen! Hast du das gespürt? Wir mussten den Reaktor stoppen! Au! Ich musste das durchziehen! Ey, wenn sie dich einmal erwischt, ne? Es gibt noch ein Schwierigkeitsgrad mehr, ne? Aber der ist ja schon herausfordernd! Ich bin auf deiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Wortschritte mit den Informationen über Nuvor! Geht Licht! Interessiert keinen! Warum hat Wortschritte wohl in Harlem gebaut? Wir sind fast sichtbar! Ich fall wieder drauf rein. Das ist falsch! Das ist nicht wahr! Leute wie Krieger machen es wahr! Hey, hast du das gespürt? Wir mussten den Reaktor stoppen! Weich nur aus! Bringt dir auch nichts! Dir wird's auch so gehen, Spider-Man! Sie benutzen dich? Dann vergessen sie dich! Das glaub ich nicht! Wir könnten alles besser machen! Ich versuch's! Halt still! Ich kann dich nicht umstürmen, aber ich muss den Reaktor stoppen! Aber nur so können wir verhindern, dass Wortschritte Menschen verletzt! Zieh dich um! Die werden jetzt füllen! Hö! Was ist denn für Grafikfehler? Ich will das hier nicht tun! Ich geh nicht füllen! Hilf mir, dem ein Ende zu machen! Du musst es nicht malen! Boah! Ja, sicher! Komm! Ich weiche ihren ersten Angriff aus und dann kriege ich direkt wieder die Breitseite! Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Rockshorn mit den Informationen über Nu4! Geht nicht! Interessiert keinen! Boah! Warum hat Rockshorn wohl in Harlem gebaut? Wir sind verzichtbar! Rockshorn, denk falsch! Das ist nicht wahr! Leute wie Krieger machen es wahr! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Dir wird's auch so gehen, Spider-Man! Sie benutzen dich? Dann vergessen sie dich! Das glaub ich nicht! Nein, 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 nein! Ich versuch's! Das ist ein Tier da mit dem Schwert, ey! Ich kann dich nicht umschlucken, aber ich muss den Reaktor stoppen! Aber nur so können wir verhindern, dass Rockshorn Menschen verletzt! Sieh dich um! Die werden jetzt verletzt! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Zu langsamer! Fahre ich die Mindpunch aus? Nein! Oh doch, so ein bisschen müde. Der Schwerz steckt fest. Zeit für Venom. Ich hab kein Venom. Es ist nur ein Rumpf, da sie sich ausmacht. Ich bin böse. 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 Du wirst dich nicht überrumpeln. Boah, nicht dein Ernst. Du wirst dich nicht überrumpeln.